Hast du schon dein Zimmer oben, oder was? Geil, Mensch, schön. Bleibst du hier, oder was? Warum nicht? Ja, warum nicht? Nee, überhaupt nichts. Wann bist du hier angefangen? Mit elf, oder was? Du auch mal noch an, ohne Feuer da oben. Da kannst du ja oben sogar kicken, habe ich gehört. Doch, kannst du ja oben da oben kicken, oder was? Kicken kann das sowieso nicht. Zeig ich das aber.